Das behinderte Kind. Das ultimative Totschlag-Argument, wenn es darum geht, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Dass dieses scheinbar unschlagbare Argument eine dunkle Seite hat, die direkt in die Hölle der Medizin führt, in diesem Podcast. Anarcho-Pod. Freiheit beginnt im Kopf. Der Podcast für dein Ende der mentalen Sklaverei. Mit Monat Kahn. Es ist fast so, als würde man einen Joker im Kortenspiel haben, der jede Hand gewinnt, unabhängig von den anderen Korten. Denn wer würde es wagen, dieses Argument zu hinterfragen? Schließlich geht es um das behinderte Kind, den unantastbaren moralischen Schutzschild. In meiner Arbeit mit Menschen geht es in erster Linie darum, gewisse Probleme zu lösen. Das ist der große Unterschied, wenn man mit Gesundheit als Fokus arbeitet, weil man sich mit der Ursache beschäftigen muss, die zu Krankheit führt. Und nicht eine Krankheit, die aufgetaucht ist, moralisch zu rechtfertigen und dann im Idealfall mit Leistungen, die unstrukturiert, sinnlos und evidenzfrei sind, dann zu monetarisieren. Diese sehr klaren Ansagen sind natürlich für Menschen ein sehr großes Problem, weil sie natürlich immer noch glauben. Es geht in der Medizin in erster Linie um Glauben. Also das ist mehr eine Religion wie eine Wissenschaft und deswegen werden auch Fehler von Ärzten als Kunstfehler bezeichnet. Als Künstler weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Wissenschaftler hernehmen will, sondern wenn ich, wenn will, der irgendeine medizinische Leistung erbringt mit einer gewissen Fachlichkeit, möchte ich einen Professionisten und keinen Künstler. Dieses Beispiel der Eigenverantwortung für Gesundheit ist ja dann immer wieder dieses Thema, wo Menschen mit diesen Totschlag-Argumenten kämen. Die letzten Jahre haben das viele Menschen gemerkt, dass Fakten und logische Zusammenhänge automatisch zu einer sehr absurden Reaktion führen. Speziell Menschen beginnen dann ihre eigene Position so zu verteidigen, dass sich jede Logik davon zu distanzieren hat. Das erkennen die meisten nicht in der Behandlung, weil du natürlich in diesen Ausbildungsstätten so indoktriniert wirst, dass du das nicht mehr sehen kannst, weil sie da den Blick auf die Medizin ziehen, weg von der Logik. Wenn man Probleme der Gesundheit lösen will mit Eigenverantwortung, gibt es natürlich gewisse Dinge, die sehr gut funktionieren und die natürlich auch bis ins letzte Detail wissenschaftlich belegt sind. Nämlich ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und mentale Stärkung. Also lauter Dinge, die außerhalb der Medizin funktionieren, nur am Ende dann durch das Missachten und das regelmäßige Vernachlässigen dann zu Medizin führen. Das ist für viele Menschen ganz logisch, normal, weil man wird ja krank und der Arzt ist ja nicht umsonst da. Wenn man Menschen dann erklärt, dass dieses System einfach nicht funktioniert, anhand ihres eigenen Beispiels, wo zum Teil 35 A4-Zettel mit Sinnlosigkeiten vorgelegt werden, muss man Menschen natürlich dann sagen, dass dieses Gesundheitssystem in dieser Form alles macht, nur keine Gesundheit. Da wird dann der erste massive Widerstand hochgefahren, weil meine Schwester ist ja Krankenschwester, meine Anke ist Arzt und der ist ein Therapeut und die ist eine Sörerin. Man wird dann mit Erfahrungen, mit Eindrücken der eigenen Verwandtschaft und des Freundeskreises von dieser Idee auf der Metaebene abgebracht. Also es ist eine sogenannte Moralkeule. Die letzten Jahre war das dann in erster Linie die Nazi-Keule, die natürlich innerhalb der Medizin nicht so gut funktioniert, weil die Medizin ist einfach nicht rechts, nicht links und da ist Nazi halt dann einfach nicht so leicht möglich. Deswegen hat man in der Medizin andere Bilder genommen, wie das behinderte Kind. Wenn Menschen mich dann fragen, wenn du alles besser weißt, was würdest du verändern? Klare Ansage, Struktur und transparente Prozesse, nachvollziehbare Abläufe. Wenn das eingehalten wird, brauche ich keine einzige medizinische Leistung zu verändern, sondern sie löschen sich von selbst über die definitive Sinnlosigkeit zur Lösung des Problems. Klassisches Beispiel ist das MRT, die Magnetresonanz-Tomografie, wo jeder Vollwahnsinnige, wenn sie einem irgendwo ein bisschen zwickt in einem Bereich von einem Gelenk, er sein MRT beim Arzt bestellt und das wird bestellt. Das wird an der Theke bestellt, ich brauche bitte ein MRT. Zum Teil sehen die Ärzte die Leute gar nicht, weil ich kann ja an der Theke auch einfach die Audi abrechnen und der will ja nur seinen Zettel, speziell wenn er dann zum MRT geht, ist er die nächsten vier bis sechs Wochen beschäftigt. Das ist das natürlich, was Politiker genau im Gegenteil machen. Sie schenken im Gießkannenprinzip einfach Leistungen her. Und dieses MRT ist damals so entstanden, mit einer komischen Haltung, so kommunistisch, sozialistisch. Jeder soll ein MRT bekommen, weil es ihm zusteht. Und so entsteht es natürlich. Wenn man den Menschen diesen Zusammenhang dann erklärt und anhand von Fakten, Zahlen und Daten belegt, kommt irgendwann die Moralkeule der Medizin. Das behinderte Kind. Das behinderte Kind, das kennt jeder. Jeder hat schon mal sowas gesehen, so einen Rollstuhl, so ein Buggy, wo ein Mensch, ein Kind drinnen sitzt, zum Teil schwer spastisch, ein Menschkontrakt, zum Teil auch nicht bewusstseinsfähig ist. Und so kann man natürlich ganz viel Emotionen erzeugen über dieses Bild des behinderten Kindes. Weil mir wird dann immer vorgeworfen, das, was du machst, ist ja menschenverachtend. Das, was du da forderst, ist ja absolut schlimm. Und wir haben ja behinderte Kinder. Und so wie du das jetzt sagst, willst du die behinderten Kinder das wegnehmen. Plötzlich wird eine vollkommen absurde Situation in den Raum gestellt, nämlich dieses behinderte, rollstuhlfahrende, kontraktspastische Kind, um die eigene Verantwortungslosigkeit zu rechtfertigen. Also alle logischen Argumente werden jetzt mit dieser Moralkeule eliminiert. Was ja nicht funktioniert, weil wenn man öfter dieses behinderte Kind vorgesetzt kriegt, überlegt man sich natürlich auch für diesen Fall eine Lösung innerhalb des Systems, die zufriedenstellend, die effektiv und kostendämpfend ist. Weil genau in diesem Bereich wird am wenigsten koordiniert, wird am meisten verordnet und am meisten emotionalisiert. Wenn man diesen Menschen dann sagt, waren ich jetzt diese großen Kostenpunkte in unserem System, weil wir wissen, dass 80% der Kosten in 20% der chronisch Kranken verbraucht werden. Also die restlichen 20% werden auf die 80% verteilt. Und das ist halt einfach Fakt. Das sind die Zahlen. Diese 80% der Kosten für 20% der Betroffenen kann ich natürlich reduzieren über diese Dinge wie bewusste Ernährung, Bewegung und mentale Stärkung. Und kann natürlich so diese 80% finanziell massivst reduzieren über die fehlende Notwendigkeit dieser Interventionen und habe dadurch Unmengen an Geld für das behinderte Kind. Und ich kann auch dieses behinderte Kind so gut versorgen wie nichts anderes. Das ist dann der Moment, wo dieses Gegenüber dann einen kompletten Hirnstillstand kriegt und niemand weiß, was jetzt zu machen ist. Weil man kann dieses Totschlag-Argument des behinderten Kindes als moralisierende Instanz so präsentieren, dass die fehlende Eigenverantwortung in erster Linie ein schädigender Faktor ist für das behinderte Kind, wenn man klassisch auf der systemischen Metaebene bleibt im Prozessdenken. Das ist natürlich dann für Menschen richtig hart, wenn diese Moralkeule definitiv nicht mehr greift, weil sie abgewetzt ist. Diese Moralkeule wird aber nicht nur von normalen Zivilisten, also dem Pöbel, gebracht, sondern wird sehr stark auch von den Professionisten gebracht. Speziell von höher gestellten medizinischen Lebenwesen in Führungspositionen, wo natürlich dann brunstummen Politikern Geld aus der Tasche geleiert wird, um wieder irgendwelche sinnbefreiten Inklusions-Diversitätsprojekte zu machen. Die mit einer gewissen medialen Repräsentanz jeden Schwachkopf, der fachlich unter jeder Sau ist, zu einem Helden macht, weil er sich mit dem behinderten Kind als moralischer, totaler Schutzschild ablichten lässt. Spätestens jetzt wird dann Menschen klar, dass an einer Verhaltensänderung des eigenen Verhaltens nichts vorbeiführt, wenn sie das Problem lösen wollen und diese Lösung auch dauerhaft und langzeitmäßig nutzen wollen, sie einfach aufhören müssen, behinderte Kinder nach vorne zu stellen, sondern die Schwächsten der Gesellschaft durch das eigene Verhalten zu schützen und nicht dann mit der Moralkeule andere Menschen zu zwingen, ihren Wahnsinn zu unterstützen. Das behinderte Kind, wieder ein Puzzleteil im eigenen Puzzle der mentalen Sklaverei, wo man jetzt wieder mit diesem Input, mit diesem Bewusstsein im nächsten Diskurs, im nächsten Gespräch argumentieren kann, mit klaren, durchgängigen Argumentationsketten, um dem Gegenüber zu zeigen, dass die Lösung ganz einfach ist und dass das behinderte Kind von deiner Eigenverantwortung mehr profitiert, als von deinem Mitleid, von dem das nichts hat. Diesen Podcast gerne abonnieren, weiterempfehlen. Alles Gute für euch.